hallöchen ihr lieben und herzlich willkommen zurück zu was die liest es geht weiter mit harry potter und der stein der weisen wir nähern uns langsam dem großen finale harry ron und termine waren gerade in dem raum wo diese schlüssel sind und harry hat den richtigen eingefangen und sie haben die tür aufgeschlossen und jetzt geht's weiter seid ihr bereit fragt harry die anderen beiden die hand auf der türklinke sie nickten eröffnete die tür die nächste kruft war so dunkel dass sie überhaupt nichts sehen konnten doch als sie einen schritt hineintraten flutete licht durch den raum und ihnen bot sich ein verblüffender anblick sie standen am rande eines riesigen schachbretts im rücken der schwarzen schachfiguren allesamt größer als sie und offenbar aus einer art schwarzen stein gemeißelt ihnen gegenüber auf der anderen seite der kruft standen die weißen figuren harry ron und termine erschauderten die riesigen weißen figuren hatten keine gesichter und was sollen wir jetzt tun flüsterte harry ist doch klar sagte ron wir müssen uns durch den raum spielen hinter den weißen figuren konnten sie eine weitere tür sehen wie sagte hermine nervös ich glaube sagte ron wir müssen schachmenschen werden er ging vor zu einem schwarzen springer streckte die hand aus und berührte ihn sofort erwachte der stein zum leben das pferd starrte und der ritter wandte seinen behelmten kopf zu ron hinunter müssen wir mit euch kämpfen um hinüber zu kommen der schwarze ritter nickte ron drehte sich zu den anderen um lasst nicht mal nachdenken sagt er ich denke wir müssen die plätze von drei der schwarzen einnehmen harry und termine sahen schweigend zu wie ron nachdachte schließlich sagte er hört mal seid nicht beleidigt aber keiner von euch beiden ist besonders gut im schach wir sind nicht beleidigt sagte harry rasch sag uns einfach was wir tun sollen gut harry du nimmst den platz dieses läufers ein und termine du stellst dich neben ihn an die stelle dieses turms was ist mit dir ich bin ein springer sagte ron die schachfiguren hatten offenbar zugehört denn in diesem augenblick kehrten ein springer ein läufer und ein turm den weißen figuren den rücken und schritten vom platz sie ließen drei leere quadrate zurück auf den harry ron und termine ihre plätze einnahmen weiß zieht im schach immer zuerst sagte ron und spät über das brett ja schaut ein weißer bauer war zwei felder vorgerückt ron begann die schwarzen figuren zu führen wo immer er sie hinschickte sie rückten schweigend auf ihre plätze harry zitterten die knie was wenn sie verloren harry rück vier felder schräg nach rechts richtig mit der angst zu tun bekam sie es erst als der andere springer geschlagen wurde die weiße dame schlug ihn zu boden und schleifte ihn vom brett wo er mit dem gesicht nach unten bewegungslos liegen blieb ich musste das zulassen sagte ron erschüttert deshalb kannst du jetzt diesen läufer schlagen amine geh los wenn die weißen einen ihre figuren schlagen konnten zeigten sie niemals gnade nach kurzer zeit lagen haufen weiß weiße übereinander gekrümmte schwarze spiele entlang der wand zweimal bemerkte ron gerade noch rechtzeitig dass harry und termine in gefahr waren er selbst jagte auf dem brett umher und schlug fast so viele weiße figuren die sie schwarze verloren hatten wir haben es gleich geschafft murmelte er plötzlich lasst mich nachdenken lasst mich nachdenken die weiße königin wandte ihm ihr leeres gesicht zu ja sagte ron leise das ist die einzige chance ich muss geschlagen werden nein riefen harry und termine so ist es eben schach arschte sie ron an manchmal muss man figuren opfern ich springe vor und sie schlägt mich dann könnt ihr den könig schach matt setzen harry aber willst du snap aufhalten oder nicht ron hör zu wenn du dich nicht beeilst dann ist er mit dem stein auf und davon darauf gab es nichts mehr zu sagen fertig rief ron mit plassem gesicht aber entschlossen ich springe und rödel nicht wenn ihr gewonnen habt er sprang vor und die weiße dame stürzte sich auf ihn mit ihrem steinernen arm schlug sie ron heftig gegen den kopf und er brach auf dem boden zusammen ermine schrie blieb aber auf ihrem feld die weiße dame schleifte ron zur seite offenbar hatte sie ihn bewusstlos geschlagen harry ging mit zitternden knien drei felder nach links der weiße könig nahm seine große ab und warf sie harry zu füßen sie hatten gewonnen die schachfiguren verbeugten sich zum abschied und gaben die tür auf ihrer seite frei mit einem letzten verzweifelten blick zurück auf ron stürmten harry und hermine durch die tür und rannten dem nächsten gang entlang was wenn er er wird schon wieder auf die beine kommen sagte harry gegen seine zweifel ankämpfend was meinst du kommt als nächstes wir haben den zauber von sprout hinter uns das war die teufelschlinne flickwick muss die schlüssel verhext haben professor mcgonigal hat die schachfiguren lebendig gemacht bleibt noch der zauber von kribble und der von snape sie waren an eine weitere tür gelangt einverstanden flüsterte harry mach schon harry stieß die tür auf ein widerlicher gestank schlug ihnen entgegen und beide hielten sich den umgang vor die nase mit tränenden augen sahen sie einen troll alle viere von sich gestreckt und mit einem blutigen wunder am kopf auf dem boden liegen noch größer sogar als der mit dem sie es schon aufgenommen hatten ich bin heilfroh dass wir uns den ersparen können flüsterte harry als sie vorsichtig über eines seiner massiven beine stapften komm weiter mir verschlägt es den atem er öffnete die nächste tür und beide wagten kaum hinein zu sehen was wohl als nächstes kommen würde doch in hier drin war nichts besonderes furchterregend nur ein tisch mit sieben aneinandergereihten flaschen die alle unterschiedliche gestalten hatten snapes zauber sagte harry was müssen wir tun kaum waren sie über die schwelle getreten loderte hinter ihnen ein türrahmen ein feuer hoch es war kein gewöhnliches feuer es war purpurrot im gleichen augenblick schossen schwarze flammen im torbogen gegenüber auf sie saßen in der falle schau mal hermine griff nach einem zusammengerollten blatt papier das neben den flaschen lag harry sah über ihre schulter und glas die gefahr liegt vor euch die rettung zurück zwei von uns helfen bei denen habt ihr glück eine von uns sieben die bringt euch von dannen eine andere führt den trinker zurück durch die flammen zwei von uns enthalten nur guten Nesselwein drei von uns sind mörder wartet auf eure pein wählt eine wenn ihr weiter wollt und nicht zerstäubt hier euch helfen sollen hinweise und davon ganze vier erstens so schlau das gift versteckt mag sein ist immer welches zur linken vom guten Nesselwein zweitens die beiden an den enden sind ganz verschiedene leute doch wenn ihr eine weiter geht so ist keine davon euer freund drittens wie ihr deutlich seht sind alle verschieden groß doch weder der zwerg noch der riese erhalten euren tod viertens die zweite von links und die zweite von rechts werden zwillinge sein so verschieden sie schauen auf den ersten blick auch dreien Hermine seufzte laut auf und Harry sah verblüfft dass sie lächelte das letzte na wo nach ihm zumute war ausgezeichnet sagte Hermine das ist nicht Zauberei das ist Logik ein Rätsel viele von den größeren Zauberern haben keine unze Logik im Kopf die säßen hier für immer in der Falle aber wir doch auch oder natürlich nicht sagte Hermine alles was wir brauchen steht hier auf dem Papier sieben Flaschen drei enthalten Gift zwei Wein eine bringt uns sicher durch das schwarze Feuer und eine bringt uns zurück durch das Purpurne aber woher sollen wir wissen welche wir trinken müssen gib mir eine Minute Zeit Hermine las das Papier mehrmals durch dann ging sie von den Flaschen auf und ab vor sich hin murmelnd und auf sie deutend schließlich klatschte sie in die Hände ich hab's sagte sie die kleinste Flasche bringt uns durch das schwarze Feuer zum Stein Harry musterte die kleine Flasche sie reicht nur für einen sagt er das ist kaum ein Schluck sie sahen sich an welche führt zurück durch die Purpurnenflammen Hermine deutete auf eine bauchige Flasche am Ende der Reihe die trinkst du sagte Harry nein hör zu geht zurück und nimm Ron mit schnappt euch zwei Besen aus dem Raum mit den fliegenden Schlüsseln sie bringen euch durch die Falte und dann Fluffy vorbei fliegt sofort in die Eulerei und schickt Hedwig zu Dumbledore wir brauchen ihn vielleicht kann ich Snape eine Weile hinhalten aber im Grunde kann ich es nicht kann ich es nicht mit ihm aufnehmen aber Harry was ist wenn du weißt schon wer bei ihm ist tja das letzte Mal hab ich Glück gehabt sagte Harry und deutete auf seine Narbe vielleicht habe ich ja noch einmal Glück Hermines Lippen zitterten und plötzlich rannte sie auf Harry zu und warf die Arme um ihn Hermine Harry du bist ein großer Zauberer das weißt du ich bin nicht so gut wie du sagte Harry ganz verlegen sie ließ ihn los wie ich sagte Hermine Bücher Schlauheit es gibt wichtigere Dinge Freundschaft und Mut und oh Harry sei vorsichtig trink du zuerst sagte Harry du bist dir sicher was vor dir was was wo drin ist vollkommen sagte Hermine sie nahm einen großen Schluck aus den runden Flaschen und erschauderte es ist kein Gift sagte Harry beängstigend nein aber es ist wie Eis schnell geh bevor es nachlässt viel Glück pass auf dich auf geh Hermine wandte sich um und ging geradewegs durch das purpurne Feuer Harry holte tief Luft und nahm die kleinste Flasche in die Hand er wandte sich dem schwarzen Flammen zu ich komme sagte er und leerte die kleine Flasche mit einem Zug es war wirklich wie Eis das sein Körper durchströmte er stellte die Flasche zurück nahm all seinen Mut zusammen und machte sich auf er sah die schwarze Flammen an seinem Körper hochzüngeln doch er spürte sie nicht einen Moment lang konnte er nichts sehen außer dunklem Feuer dann war er auf der anderen Seite in der letzten Kruft jemand war schon da doch es war nicht Snape es war auch nicht Voldemort und damit ist auch wieder diese Folge Basti liest Harry Potter und der Stein der Weisen vorbei wir nähern uns wirklich langsam dem großen Finale und ich hoffe ihr seid dann wieder mit dabei und schaltet wieder ein hört mir zu und lasst vielleicht sogar einen Daumen nach oben da bis zum nächsten Mal euer Basti Tschüssi Musik 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 Musik